Ach, voll aus. Uh, Level 4. Uh, die hat andere Einheiten dabei. Interessant. Dann schauen wir uns das einmal an. Ich überlege, ich grüble. Grübel, grübel, knübel, knübel. Wir können den da umgestören. Gut, wir können den da umgestören. Wir können... Wir können den da drauf. Da haben wir mal den ersten Angriff beinaheinander. Wenn ich den jetzt nachher nachts füge, kann das auch Fusion werden. Okay. Tak, um wieder. Ah. Wir können jetzt... ...den wegtun. Und das war's dann. Ich hätte mal die Hirscher heute schauen sollen, wie das funktioniert. Die Hirscher. Okay. Okay. Ah, stören wir mal los, Bärchen. Waren nicht sehr überragend, muss ich jetzt sagen. Wir wollen erstmal Verstärkungsgruppen. Äh... Wir werden den da her, machen den dicht. Dann haben wir da einen schönen... Dingsbums. Wir wollen... ... da einen Ball. Jetzt bricht's gleich durch da. Okay. 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 Der hier durchbricht. Der hier macht. Das hat einfach keinen Sinn mehr, damit die scheiß Typen da... Äh... Wir machen zack, zack. Wir machen zack. Wir machen zack. Wir machen zack. Das haben die Fusion hier. Wir... ... stören... was! Kann ich nicht lustig sein hätten dazu... Wir stellen den hinter ihren... Kennt das nicht wahr. Autsch! 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 Nicht freundlich! Da hat schon anstrengend er da. So. Er hat sich gar nichts gebrucht. Das hat ühe ausgesehen mit den Häschen. Ok, woher ich mir das geplant habe? Alter! Bitch! Ich kann meine Häschen... Ich weiß nicht was meine Häschen können, verdammt nochmal. Ich muss mir das auch machen. Ja komm, wir brauchen da jetzt sofort Verstärkung. Yay, Verstärkung. Wir machen... Wir machen... Was machen wir jetzt? Äh, wir tun einmal... Den da her. Wir machen da dicht. Wir hauen den da um mich. Und das war der falsche. Ich mag wissen wen den Hirsch aktiviert wird. Verdammt nochmal. Ich hätte es lernen lassen wollen. Fahr durch! Boah, ich weiß nicht wie ich da durchbrechen soll. Hm... Gut, wir machen die dicht. Wir machen die dicht. Wer hat den Hirsch weg? F*** die Wand. Ich weiß nicht wie du durchbrechen soll. Was ist das? In der Zeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Wir machen die Wand. Wir machen die Wand. Wir machen die Wand. Wir machen die Wand. Geh ihm! Ja, wir machen schon die Wir schießen den ab Wir fahren noch Wir geben Feuer Ja Ich weiß nicht, ob wir da Linien aufbauen AHP abgezogen Ich bin gewolltig Meine Güte Ja Wir werden durchgebrechen Wir stellen das Uhr Oh, bitte Meine Elfen bricht er nicht wirklich durch Ich denke ich kann auch meine Leid richtig durch Mir ist es euch scheißegal Und ich weiß nicht, wie er hier schon sitzen muss Ja Wir haben euch keinen Plan Ja Ich hab ruhig voll durch Ich hab ruhig aus Ich hab ruhig aus Ich hab ruhig ohne Tätigkeit machen und so Wahrscheinlich ist der Hirsch voll essentiell Leute Das ist wirklich essentiell, Leute Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ach, was geht jetzt? Du was? Sieg sein, dass du da doch drauf gehen wirst. Zack! Bam! Bringt sich nicht viel, aber... So, wir machen... Gehen Sie, gehen Sie! Gehen Sie! Er wird weg... Ja, und jetzt kommt da die... Ich weiß nicht, wie ich da durchbrechen kann... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Das ist noch ein bisschen... Ja, 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 ja. Wie brieche ich bei der Bruch? Ich hab keinen Plan, oder? Okay, ich probiere jetzt mal was anderes. Das sieht ja unten aus. Schauen wir mal. Okay, wir tun jetzt D drauf, D um mich und D um mich. Wir sind jetzt halt gebündelt, verdammt nochmal. Oh, ja. Ja, noch ein Ding vorher. Ja, noch ein Ding. Was nicht? Okay. Okay. Warte, wir sind gut da. Ja, ich sehe ja. Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht. Alter, ich weiss nicht, wie ich kann. Ich überstrünge elegant. Eine reihefeindliche Welle. Aber wie sieht sich die ein? Gibt es irgendwie ein Tutorial oder so? Fließen. Genau ein Tutorial. Hilfe. Ich habe ja gespielt. Okay, na, Steuerung. Nein. Ähhhh. Ich bin Quatsitz. Ich muss ja irgendwie gehen. Irgendwie muss gehen. Ähh. Aha, ich hab das Tortorell übersprungen. Ich hab das Tortorell übersprungen. Dies war nicht gescheit. Wir machen es einfach noch nicht. Wir kommen später wieder. Ok, ich hab das Sturm bald durch. Das werde ich aber nicht auf mir sitzen lassen. Dann kämpfen wir mal gegen den. Der hat Bären und irgendeinen anderen Scheißtrick. Brauchen wir den noch schnell. Vielleicht werden wir das Ding. Ok. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fusioniert! Ok, 1, 2, 3, 2, 3. Ok, 2, 3, 2, 3. Ich hab das Gefühl, ich komme gegen den sowieso nicht. Der ist von da her. aha jetzt verstehe ich verstehe es wir nehmen mal den da wir nehmen nein entschuldigung den da da her grüner hirsch grüne einheit jetzt verstehe es und jetzt haben wir eine chance gegen die typen dann machen wir ein multiple choice angegriffen dann machen wir das mit zusammen dann ist er zum schlagen jetzt weiß wie es geht jetzt kommt zuerst meine zwei doch voll durchgegangen so der macht da hinten nicht brav so dann machen wir ohne vier mehr vier mehr danke ja 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 ja! Bei 100 Leute ist der Hunde grün viel Leute. Ihr schiebt noch, ok. Du stellst dich da rein, du stellst die Dym entgegen. Ich werde jetzt 100% gehalten, aber ... ... eine Zeit lang. Ja, was macht der jetzt? Fick die Wand! Fick die Wand! Ja! Ja! Und jetzt gehen wir zum Dämon. Den wir auch jetzt noch. Ja, 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 ja. Aber zwar ein Hasch weniger. Ein Hasch weniger, ein Hasch. Steckbrief erledigt. Weiter, ja. Aber, gehen wir vorher nur den Steckbrief hoch. Da, ein bisschen Code machen. Wir gehen da auf. Wir holen uns noch Hirsch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Nein, nein, nein. Einen Hirsch kaufen. Ja, okay, schließen. Bier. Na, wenn er schon da ist, dann schauen wir da schnell rein. Hast du noch was? Interesse, neue Aufgabe? Ja, 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 ja. Da ist der Schellbraun Kutlin. Den da, Schellbrauner Fücher. Necromant, der sich zweifels in einem finsteren Loch versteckt. Spähen, auf und verbringe ich. Jo, wieder am Knobla. Ich weiß ja wo der ist. Ich geh den vorher noch hin. Einer da. Sicher da drin. Sicher da drin. Sicher da drin. Ich hab dich. Wie in der Kiste drin. Er auch... Hörst du? Geht's doch! Mannheim! Aber der ist ja nicht richtig. Ich möchte mich ausfüllen. Und dann... ...können wir uns vom Drecksviel. So. Ich bin dran. Der ist ja nicht nur Angreppel. Zum Angriff Oh, interessant Gut, brauchen wir nicht Gehen da Um mich Gibt gleich noch einen Angriff vom Feinsten Wie das am Zug? Dann fahren wir ran Dann können wir uns einen Ball aufrufen Dann können wir uns einen Ball aufrufen Ausgezeichnet Und den Dann können wir den Ball aufrufen He 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 Ok Pass auf So Ausgezeichnet Für das Wenn wir dann einen durch Dann mit den Eintimmen Dann mit den Eint accelerating ucker b Interessant! Interessant! So, jetzt ist es jetzt voll. Okay, ja. Ja, natürlich, wissen wir. Kein Problem. Auch wenn es kommt wie sie. Genau so. So, dann holen wir alles drauf. Aus... Geh... Sei... Ich nicht. Säcke! Pass auf, jetzt kommen meine. Bärchen. Los geht's. Okay. Wir holen unsere Wirkung. Wir machen... Den dicht. Ich geh da um mich. Dann... Kümmern wir mal irgendwas aus dem Nix da. Aber den weg. Ah, so. Okay. dann... ... Dann... ... ... ... Sauber! Hat nicht ausgereicht Kevin, wir haben... Okay Die Hilfen werden uns nicht ausreißen Das war's Was ist das? Nee, halt nicht ausgereicht Ach, reicht Okay, pass auf diese Seite. Zack. 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 Okay. Okay. Guck, guck, guck. Gut. Ehe. Ich höre ihn nicht mehr auf, mein Freund. Und noch was, die gehen diese Mauer noch machen, den da und den da, ausgezeichnet, hoffen wir Daher schmuss durch, daher schmuss durch Gewinn Sooo Das machen wir jetzt noch auf, hier schauen wir uns noch ein wenig weiter Und somit sage ich danke fürs Zusehen, mir hat es Spaß gemacht Und das war sicher nicht das letzte von dem, weil ich glaube da werde ich noch ein bisschen weiterspielen, das amüsiert mich Und hoffentlich sehen wir uns in späteren Aufnahmen wieder einmal Ich bedanke mich und tschüss Aufnahmen Aufnahmen